Hallo und seid mir ganz ganz herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Wir sind hier am Fuße des Berges, nein eigentlich am Eingang des Berges, auf den Spuren von Wimba und Konstantin und ich frage mich, gehen wir schon Richtung Endgegner? Wie sieht denn das aus, die Stimme der Toten? Okay, äh, ich weiß es nicht, Konstantins Schicksal. Also ich würde es für möglich halten, dass wir tatsächlich jetzt... Okay, müssen wir vielleicht erstmal an die Tür gehen. Okay, also dann, tu mal die Samen da rein. Okay. Ja! Also dann platzieren wir einen Samen, Sarahs Samen und den, den wir in der Höhle des Wissens gefunden haben. Und dann geht es schon auf. Zähne des Himmels finde Konstantin. Oh Mann, hey, echt? Kommen wir wirklich schon zu Ende? Hm. Wo ist der Nadeik? Ich bin sicher, dass wir noch einem begegnen werden. Kurz gucken, ob wir hier noch irgendwie... Ne, wir müssen einfach nur gerade ausbetzen. Und dann sind wir schon... Tja, wo dann? Im Herzen des Berges? Oder gibt es da jetzt nochmal eine Höhle? Und da vorne wird uns wahrscheinlich dieser Nadeik erwarten. Ich könnte wetten. Na, das sieht schon wieder höhenartig aus. Oder ist es bloß ein Durchgang? Es ist bloß ein Durchgang. Oh, da sind sie. Da steht Winbar. Oh, oh. Glühende Steine, ich erinnere mich. Ei, ei, ei. Ich doofi, hab nicht gespeichert. Och, Konstantin. Guck dir das an. Ja, da hast du recht. Ennol-Milfrighti-Menn sah die Wund. Von dem Volkern. Er hat mich über die Gefahr. Fed von Bitterness. Driven von Desire. Taking without giving. Er wird uns alle. You have gone completely mad! Take it! You are too blind! Too renaic-set to understand! Leave him! Wow! Okay. Zerfressen von Bitterkeit. Das klingt schon ein bisschen nach Konstantin. Ah, ja. Ja, siehste, seh ich auch so. Yay, yay, yay. Okay. Oh, was ist das für ein Riesenschwert, das der hat? Wir machen's mal lieber aus der Entfernung. Oh! Komm schon. Und? Magie für mich? Oh! Oh! Ich wollte eigentlich gerade eine, einen Tank nehmen. Oh! 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 Ah, komm schon! Okay, gleich haben wir ihn. Was? Wieso ist Konstantin die Gefahr? Weil er bitter ist? Und ambitioniert? Wieso sieht Enon mit Früchtimen bei ihm die Gefahr? Boah, wir haben irgendein Schwert gekriegt. König Winbars Schwert. Müssen wir uns gleich mal angucken. Warum ist... Echt? Okay. Dann werden wir... Warte mal. War das doch nicht der Endgegner? Erkundung und Karte in den Fußstapfen. Was sind die Nebenquests? Sprich mit Konstantin. Ich denke, das werden wir machen und dann gehen wir mal zurück in unsere Bleibe und werden ein Rendezvous haben. Also wir müssen kurz nach dem Schwert gucken, das wir da bekommen haben. Opferungsschwert. Das ist das, was wir tragen. Oh, das ist eine Zweihandwaffe. Kannst du sie nehmen? Nein, du kannst sie nicht nehmen. Oder? Ist die uns vorbehalten? Na, beeindruckende Waffe. Aber mit der werden wir nie spielen. Okay, jetzt gehen wir zu Konstantin. Der war jetzt drei Tage lang bewusstlos. Werden wir mit ihm sprechen. Und vielleicht kann der uns das erklären. Also die Bitterkeit, die stimmt ja. Die Geschichte mit seinen Eltern. Da ist er mit Sicherheit bitter. Und er ist auch ambitioniert. Aber wieso ist er deswegen eine Gefahr? Weil er hat bislang eigentlich nichts getan, von dem ich denken würde, dass es den auf der Insel irgendwie schadet. Oh. Auch wenn du dich verändert hast. Bindung eingegangen. Auch wenn du dich verändert hast. Bindung eingegangen. Ja. Ja. Was ist passiert? Nein, das ist ein Schraub. Es ist nur ein riesiges Schmerz. Komm schon. Ich werde dir alles sagen. Wir haben uns für deine Rückkehr. Ich wusste, dass du alles in deine Macht machen würdest. Ich habe immer vertraut. Aber Katasak hat Angst, dass ich nicht lange 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 genug halten würde. Er sprach mit mir über ein Ritual, der mir helfen würde. Ich war es gespannt. Und in spite der alles, dass ich ihn nicht verabschiede, ich will nicht folgen. Wir sind nach dem Angelegenen. Ja. 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 So he visited this infamous site, where he prepared for me a sort of potion. What ceremony! I had to cut my hand in front of an enormous stone, and there a gigantic beast came and started circling around me. It was incredible! I truly felt a bond with that place, like a wave came through me, as if the power of the island was running through my veins. It was marvelous. And now I'm on Olmanawi, like you! Even if the Malachor left me a few of its marks. But you had to encounter the god of the island, didn't you? How was Enonmiel Frictumen? Yes, I passed a trial for that, but the only one who could guide me to the sanctuary is dead. Oh no! Do not tell me! And yes, only the High King can open the sanctuary, according to Glendan. I have no choice but to return to see him. I am certain that you are going to name a successor. Tja. Mysteriös. Ich bin mal gespannt, wo uns das jetzt noch hinführt. wird wirklich Zeit, dass wir Enonmiel Frictumen finden. Aber jetzt haben wir erstmal ein Rendezvous. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen, wenn wir das nächste Mal in unserem Lager sind. Also dann, Ciora, Rendezvous! Okay, und wie kriege ich jetzt ein Rendezvous? Was spreche ich so an? Karantz, do you need something? Na. I must leave you. See you later. Okay. Vielleicht da oben. Das würde ja irgendwie Sinn machen, beim ersten Treffen. Ja. Naie. Naari Красmi bás. Você was the best in the middle singer? La elder! Dür seriously. Ich warPointlerisen vor dem Moment. Heão. Woosh! What about you? Do you think you are my menundenem? I hope so. Because I love you too, Siora. Kai'rtou. This is how we say I love you in our language. Koden nees kreda komolai. Ah, liebevoll. Wunderbar, können wir noch mit dir sprechen? Erzählst du jetzt von deinem Vater? I've never heard you talk about your father. Who was he? He was the Donaegad of our clan. He died many cycles ago, but this memory is still painful. So we usually avoid this subject. What happened to him? He was killed as he tried to escape the lions who wanted to capture him. My mother never really recovered from it. This is one of the reasons why she decided to go to war. Anything else? Okay, also da wird es nichts Neues geben. Ich weiß nicht, in welchem Beziehungsstatus man sein muss, dass man da was erfährt. So, und nun ist die Frage, nachdem wir nun unsere Seelenverwandte gefunden haben, wie machen wir weiter? Wir müssen Glendan um Hilfe bitten. Eine Heilung für Melikor? Haben wir neue Nebenquests? Nein. Ich bin echt gespannt, wo das hinführt. Und ich stelle mir so die Frage, wer ist am Ende unser Endgeger? Ist es Enon Milfriktimen oder ist es gar Konstantin? Oder ganz jemand anders? Also, ich habe keinen Plan, wo es hinführt. Spannend, echt. Also gut, dann sprechen wir mit Glendan. Die Truppe, lass mal wie sie ist, die gefällt mir gut, auch wenn ich Petrus Stimme klasse finde. Glendan, wo bist du? Hallo, wir sind es mal wieder. Tja, euer Hochkönig ist leider tot, Glendan. Oh ja. Oh ja. Ich habe jetzt nicht unbedingt gewusst, aber etwas schlusses mich. Warum? Warum würde Vinbar haben so gemacht? Sein Offerung zu Thierfradi nicht verletzt, was er getan hat. Sie wissen, dass ich einen Mielfrigdemann wollte. Und er war der einzige Möglichkeit, dass ich das so machen kann. Ich würde nicht, dass er das Volunt ist. Believe me, I am just as sorry as you. Andi vurscht, Thierry. We will celebrate his memory as well as those of all the members of our council that have fallen. Vladnit, Katasak, and our High King. These are dark times, but in spite of our mourning, we must elect a new High King. The children of Thierfradi cannot remain without a guide. All the more so in these troubled times, I will notify the maal of all the clans so that they may know to travel here. Who has a chance of being elected, in your opinion? Deirdre is powerful, and many clans would follow her. The wisdom of Dunkas will also attract support from many. And there is also Ulan, a clever fox who is very capable of convincing the entire world with his honey-dripping words. Deirdre, Dunkas, and Ulan. I must convince them to help me if they are elected. I suppose. I must begin the preparations. You must leave now. Also gut, dann versuchen wir mal. I must leave. Genau, lass uns zuerst versuchen, die drei Könige zu überzeugen. Oder die drei, ja, Anwärter. Gucken wir mal, dass wir alle drei überzeugt kriegen. Wir können dann mal so langsam anfangen, uns zu überlegen, welcher König welche Auswirkung hat. Also Deirdre ist mir zu kriegerisch. Und Ulan, der hat uns schon mal beschissen. Wenn es um seine Interessen geht, kennt er nichts. Also das ist auch keine so gute Wahl. Ach, wir sind immer bei Dunkas. Ich glaube, du wärst mir der Sympathischste. Ich bin der Beherer von Schaden. Vinnbar, dein High King, ist tot. Und er ist ein großartiger König. Er war ein großartiger König. Und ein sehr wunderschön. Wir haben ihn nicht in lange Zeit gesehen. Aber seine Erinnerung wird erhöhnt. Glendan hat mir gesagt, dass du wahrscheinlich bist von denjenigen, die wollen seine Platz nehmen. Ja, so sehe ich es auch dunkel. Ja, so sehe ich es auch dunkel. Aber die Schaden können sich nicht so gut sein. Und mein Klan weiß, wie es das tun. Also, wenn du mir Angst hast, wenn ich mich zu sein, ich werde sie für euch sein. Ich werde sie für dich aus. Wir müssen uns einverhältnis mit den von den ausländischen Ölern und leben zusammen in harmonie. Aber für das, wir müssen uns die Reneikse humilie und zu respektieren die Erde. I would like to meet Enon Milfrügtemann, in order to find an antidote for the disease that is destroying my people. If you were elected, would you help me in this endeavor? You are a Karantz of our clan, and I have witnessed your wisdom and benevolence. I would be glad to help you meet Enon Milfrügtemann, and I pray that he will help your people. But you should know that my election is far from certain. The spirits are divided, and some are thirsty for revenge. Would there be a way to make sure that you get picked? I do not like the idea of using such a method. But yes, there is a way. The High Kings of old wore a legendary crown, said to be a gift from Enon Milfrügtemann. The one who became the first guardian is believed to have taken it with him in death. If someone were to wear it in these troubled times, they would definitely be chosen by the others. And where can I hope to find it? In the burial mound of the High Kings near the village of Vignamri. But it is said that the path towards it is strewn with spears, and that its entrance, situated near a large dead tree, is guarded by a Nardai Magamen. It is a deeply holy place, and a guardian will not let anyone enter without a foight. If you do decide to go there, fill your heart with humility and respect. For those who rest there were great men. Now we've earned the trust of one of the pretenders. We just need to find that crown. Are you certain you are willing to influence the fate of all my people to meet Enon Milfrügtemann? I understand that you might find this idea unpleasant. But the survival of the whole continent relies on this encounter, Siora. It is my feeling that you do not understand the consequences of such a decision. Everyone on the island will listen to the words of a High King. Also gut, dann fragen wir die anderen beiden auch noch ab. Wobei ich mir schon ahne, was die sagen. Ulan wird sich anbiedern und immer auf seinen eigenen Vorteil achten. Und Dedre, ja die will kämpfen. Also für mich ist Duncarne echt die beste Wahl, aber wir hören es uns trotzdem an. Oh, Ulan? Der wird von Handelsbeziehungen und weiß der Kuckuck was sprechen, da bin ich ziemlich sicher. Das ist ja sein Ansinnen von Anfang an. Hatte auch nie ein Hehl draus gemacht. Und das ist ja eigentlich auch ganz vernünftig. Warte mal, ich renne gerade mal in die falsche Richtung, oder? Tja, wenigstens ist es mir gleich aufgefallen. Okay. Und dann müssen wir diese Krone besorgen. Jetzt gucken wir erstmal, ob er uns überhaupt unterstützt. Ich glaube aber ja. Ich glaube, wir sind ja mit allen dreien ganz gut im Geschäft. Also selbst mit den Rebellen. So, und wir müssen denen ja auch mitteilen, dass der Hochkönig tot ist. Also macht schon Sinn, die alle abzufragen. Und dann? Und dann? To what do I owe the pleasure of your visit? Und dann? Und dann? Und dann? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Wir machen uns nur noch mehr. Wird sich, dass wir also die Rebellen von der Welt haben. Die Rebellen von unseren Leuten werden besser werden. Und dann? Es gibt es etwas, was ich gerne fragen. Wenn ich mich für dich sagen möchte, hätte ich mich für ein Einon Miel Frigdemann. Of course. If I become High King, I would be glad to help you. You are Karants of Ignamri, after all. If you really want to make sure that I win, you will need to seek the crown of the High Kings. What is that? It may only be a legend, but it is said that High Kings used to wear a very ancient crown. The first guardian would have taken it to the grave. If someone were to wear it today, they would surely be a choice. And where is the first guardian? Some of the end part would be with anything else. Nothing. I must go. So, under Vollständigkeit halber, reisen wir jetzt noch zu Daedre. Werden uns auch mit ihr unterhalten. Auch da kennen wir die Antwort bereits. Natürlich würde sie die Eindringlinge vertreiben wollen. Da steht überhaupt gar kein Zweifel dran. Noch irgendjemand mit Quests? Nein, wir sind durch. Mal gucken, vielleicht überrascht sie uns ja. Weir was a good King. In times of peace. But he was plunged into doubt by your arrival. He was no longer at his people's side. Glendan told me that you would be one of those keen to replace him. Das stimmt. Wenn Bladnid noch hier war, hätte ich mir meine Votes gegeben haben. Aber sie ist nicht mehr mit uns. Ich muss den Titel bekommen, und machen was schon lange lange gemacht. Drei weg die Reneikse, und zurück unsere Islander. Sie wollen uns wegnehmen. Wir werden uns wegnehmen, auch? Wir werden wegnehmen. Sie sind Onol-Minawi. Sie müssen sich entscheiden. Ich verstehe. Wenn Sie sich wählen, ich würde Ihre Hilfe geben, um mich zu treffen, für mich zu treffen, Enon-Mill Frigdemann. Nur er kann uns helfen, den Malachor zu helfen. Warum sollte Sie sich beschäftigen, mit der Krankheit, die wir wollen wegnehmen? Ich habe meine eigenen Reasons. Aber Sie sollten wissen, das ist die beste Weg für die Reneikse zu verlassen, der eigenen accord. Sie haben helfen meine Leute. Sie sind unsere Karantz, auch. Sie können auf mich helfen. Ich helfe dir. Als ich die hohe König bin, werde ich Sie in der Sancturie führen. Sie sind sicher, dass Sie den Titel bekommen. Die, die 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 Krieg haben, müssen alles, was sie können, um es zu erreichen. Nicht wahr? Die alten Könige waren eine legendäre Krone. Okay. Das brauchen wir uns jetzt wirklich nicht normal anzuhören. Gut. Jetzt haben wir alle drei überzeugt. Und alle drei haben in etwa das gesagt, was, ähm, zu erwarten war. Jetzt müssen wir in der nächsten Folge, denke ich mal, diese Krone versuchen zu finden. Lasst uns kurz ins Questlog gucken, aber ich bin ziemlich sicher. Finde die legendäre Krone der Hochkönige. Genau das werden wir machen, ihr Lieben. Aber natürlich nicht heute, sondern in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.